Musik Hallo, mein Name ist Santiago Ziesma. Ich bin Schauspieler und Synchronsprecher aus Berlin. Unter anderem die deutsche Stimme von Spotspots Schwammkopf. Ja, und jetzt ist die große Kinopremiere von dem neuen Kinofilm Spotspots 3D. Und da gibt es eine wunderbare Szene, wo die Figuren, die Unterwasserfiguren, an Land kommen und zum ersten Mal Menschen am Strand sehen, unter anderem einen etwas korpulenten Herrn und dann ganz aufgeregt rufen, oje, was ist das, ein riesiger beharrter Schweinswal. Bitteschön. Was? Ein riesiger haariger Schweinswal. Oh, er ist gestrandet. Ach, wie er leidet. Der arme Kerl. Leute, das sind keine Schweinswal. Alle Mann am Deck! Oh, Mann. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser schaffen. Na los. Schiep! Hau! Schiep! Schiep! Schreit euch mal an! Hau! Schiep! Ja, jetzt möchte ich ein bisschen was erzählen über Filme, die mich bewegt haben, die mich interessiert haben, die bei mir einen großen Eindruck hinterlassen haben. Und unter anderem bin ich ein großer Fan des Regisseurs Billy Wilder. Der hat ganz, ganz tolle Filme gemacht. Ja, ein Deutscher, der dann nach Amerika gegangen ist, aus nachvollziehbaren Gründen. Unter anderem gibt es einen wunderbaren Film mit dem herrlichen Schauspielerpärchen Shirley McClane, Jack Lemmon. Irma Ladoos, eine ganz entzückende Komödie, mit witzigen Dialogen und eine ganz tolle Story und eben auch wunderbar gespielt und wunderbar inszeniert von dem Regisseur. Ebenfalls von Billy Wilder gibt es einen anderen wunderbaren Film, auch mit dem Paar Shirley McClane, Jack Lemmon, das Apartment. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Eine wunderbare Story, eine wunderbare Geschichte und eben auch toll inszeniert und toll gespielt. Ja, Alfred Hitchcock ist natürlich eine ganz große Regiegröße gewesen. Unter anderem der Klassiker von ihm, die Vögel, The Birds, mit der wunderbaren Tippi Hedren, mit irren Effekten, die er damals sich ausgedacht hat für den Film. Und ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht, diese trainierten Vögel. Also die haben ja diese ganzen Angriffe von den Vögeln, die sind ja trainiert worden, extra für den Film. Also da sind tolle Effekte und tolle Szenen entstanden. Kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere. Oh, viele, viele schöne Filme. Was haben wir hier? Ja, ein ganz toller Regisseur ist für mich auch der James Cameron. Eine Zeit lang war es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Hier, Titanic, wer kennt das nicht, mit Leonardo DiCaprio und Cat Winslet. Habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal gesehen im Kino, drei, vier Mal im Original und dann auch in der deutschen Synchronfassung. Ja, ganz, ganz wunderbarer Film, der einen auch sehr berührt. Nicht zuletzt, weil das natürlich auch nach einer wahren Begebenheit ist, ist also keine fiktive Story, also da kriegt man richtig Gänsehaut bei dem Film. Und der Film, der Titanic dann überholt hat als erfolgreichster Film aller Zeiten, Avatar, kennt sich ja auch der eine oder andere. Mit tollen, tollen, tollen Effekten. Und ja, und ich finde, der Film hat auch eine Message, eine Botschaft. Ja, für den einen oder anderen, der das erkennen mag. Ja, ein ganz interessanter spanischer Regisseur ist Pedro Almodovar. Unter anderem ein Film von ihm, Alles über meine Mutter. Eine sehr dramatische Geschichte mit tollen Bildern, tollen Schauspielern. Und dazu kann ich Folgendes erzählen. Ich habe eine Figur in dem Film synchronisiert. Und das ist ein Transvestit. Und das war eine hochinteressante Arbeit mit einer tollen Regisseurin. Ja, weil es ja nicht so einfach war, die Figur zu spielen zwischen Mann und Frau und das alles über die Stimme zu transportieren. Ja, und das war auch ganz interessant, als das Casting war, das Stimmcasting für die deutsche Synchronisation, für alles über meine Mutter. Da wurden Kollegen, also Schauspielerinnen, Sprecherinnen und Kollegen, also Synchronsprecher, gecastet, weil man im Vorhinein noch nicht wusste, für die Figur nimmt man eine Frauenstimme oder eine Männerstimme. Aber es ist eben ein Transvestit, der körperlich allerdings ein Mann ist, äußerlich. Und somit hat sich Herr Almodovar dann entschieden, das mit einer hohen männlichen Stimme zu besetzen. Und das bin ich dann geworden. Und somit habe ich dann die Rolle des Transvestiten gesprochen in Alles über meine Mutter. Also jetzt sind wir noch mal ganz kurz in der Kinderecke. Disney natürlich ein ganz, ganz großer Name. Nicht nur für Kinder, auch für die großen, kleinen, also für die kindgebliebenen Erwachsenen. Und ich glaube, meine erste Begegnung mit einem Disney-Film im Kino war damals Bambi. Oh, das war so traurig, als die Mama gestorben ist und als dann alles gebrannt hat und wo er dann erwachsen geworden ist und zum ersten Mal über den Felsen gesprungen ist. Ja, ganz, ganz prägnante Szenen, die ich bis heute nicht vergessen habe. Jeder, der den Film gesehen hat im Kino, wird sich erinnern. Und natürlich Klassiker hier, das Dschungelbuch mit Mowgli, mit all den Tieren und mit den Songs. Hier von dem Bär Balou, versuch's mal mit Gemütlichkeit. Oder der Affenkönig, ich bin der Affenkönig im Wald. Ganz, ganz tolle Sachen. Und auch die deutsche Synchronisation sehr, sehr gelungen mit ganz, ganz tollen Kollegen. Hier natürlich auch Aladin, die Schöne und das Biest, wo ich auch gesprochen und gesungen habe. Die Rolle des LeFou, der Freund von dem Gaston. Ja, wen haben wir denn hier? Das glaube ich ja nicht, gibt's auch hier. Der Spongebob-Schwammkopf-Film. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, 2004 der erste Kinofilm mit Spongebob. Sehr erfolgreich. Kommt jetzt, glaube ich, nochmal im Fernsehen, so als Appetitmacher für den neuen Spongebob-Kinofilm 3D. Mal gucken. Gut, das war die Abteilung Eigenwerbung. Welchen haben wir denn da, wen haben wir denn da? Hallo, hallo, wer seid ihr denn? Paula. Aha. Also wir wollten ein Apotogramm. Und ihr kennt alle den Spongebob? Natürlich. Ja, wie spricht der denn? So komisch, ne? Ja. Dann machen wir das mit links. Einmal für Paula. Alles Liebe wünscht Spongebob. So. Hier noch so ein komischer Name hinterher. Und schön weiter gucken. Tschüss. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, wir wollten nochmal kurz in eine andere Ecke. Hier, schweigende Lämmer, Gruselschocker. Da haben wir auch ein Klassiker des Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Psyche mit einem wunderbaren Anthony Perkins. Legendär die Duschszene mit der Janet Leigh, also der Mord unter der Dusche. Alles in schwarz-weiß, aber nichtsdestotrotz sehr beeindruckend. Und geht richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Haut. Also auch einer meiner Favoriten, Psyche. Einen deutschen Film, da wird es schwierig. Ja, ich gebe es gerne zu. Aber wir gucken mal. Nee, da gibt es natürlich auch den einen oder anderen tollen dabei. Was heißt hier Film? Das ist natürlich einer der ganz, ganz großen. Lorio Unerreicht. Vor allen Dingen auch so ein Multitalent. Der hat die Geschichten geschrieben, hat gezeichnet. Moment. Und dann eben die ganzen Verwandlungen, die ganzen verschiedenen Figuren, die er selber gespielt hat. Die unterschiedlichen Charaktere in den Sketchen. Also legendär. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass hier die Sketche, die kurzen Sketche besser gefallen, als die langen Kinofilme. Aber das ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Auf der anderen Seite so hier Papa Ante Portas und so. Das ist schon toll gemacht. Aber ich tue mich ein bisschen schwer dann mit der Länge. Also diese kurzen Sketche finde ich knackiger, prägnanter. Gut. Ach was. Ach was. Ja, ach was. Okay. Ja, alles Klassiker. Man kann ganze Dialoge führen mit Loriot-Zitaten, glaube ich inzwischen. Das Ei ist tragend unter anderem. Okay. Gut. Ach wo, was haben wir denn hier in der Ecke? Fuck you, Goethe. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so ganz viel mit anfangen. Aber mit Humor ist das natürlich so eine Sache. Der eine lacht über jeden. Nein, also er lacht über bestimmte Sachen, der andere nicht. Mein Humor ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz sind tolle Kollegen bei. Aber ich brauche das nicht. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir eine oder andere Anregung geben. Ja, und also nicht vergessen, die Kinopremiere von Spongebob 3D ist jetzt am 19. Februar. In einem Kino ihrer Wahl und an ihrer Nähe. Und ganz, ganz wichtig auch, wer sich da ein bisschen schlau machen will, ein paar Informationen sucht und sich da ein bisschen informieren will, der schaut einfach auf Movipilot nach. Da gibt es dann genauere Informationen. Ja, alles Gute und einen schönen Tag noch. Tschüss. Willi! Willi! Gute und ein Lady! Willi! 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 Willi!